Hallo, mein Name ist Franz Doig, ich bin 17 Jahre alt und ich bin Schwimmer bei SC Aqua Köln. Also ich bin mit der letzten Saison zufrieden. Ich habe meine Ziele erreicht, ich habe neue Bestheiten geschwommen, auch neue Erfolge erreichen können, beispielsweise bei den deutschen Meisterschaften eine Platzierung erreichen können. Zum Schwimmen bin ich durch meinen Vater gekommen, dieser war selbst Schwimmer und hat mich sozusagen in das Schwimmerleben eingeführt. Also die besonderen Momente sind auf jeden Fall als Team zusammen zu schwimmen, zusammen die Trainingspläne durch zu trainieren und meine favorisierten Trainingspläne sind natürlich die mit den Sprints und diese machen mir auch am meisten Spaß. Also meine persönlichen Ziele sind es auf jeden Fall mit meinem Schwimmen praktisch ein Sportstiftrendium in den USA zu bekommen und dort meine Karriere vorzuführen, aber auf nationaler Ebene würde ich gerne wieder meine Start haben, das heißt bei den deutschen Meisterschaften, aber auch bei den NRW-Meisterschaften wieder starten zu können. Also schwierige Momente sind auf jeden Fall, dass man, wenn man bei Wettkämpfen nicht Bestzeiten schwimmt, dass es immer ein ernüchterndes Gefühl, wenn man halt all die Arbeit für praktisch nichts ausgegeben hat, aber gerade da sollte man darauf achten, dass man halt einfach weitermacht und dann kommen auch die sozusagen die Verbesserung von alleine.